ein herzliches willkommen an alle die eingeschaltet haben zu sonic allstar racing transformed ganz wichtig denn das ist der zweite teil der serie der erste teil hat dieses transform nicht anscheinend konnte man dann nur auf der erde fahren mit dabei trash und akarnis hallo wir haben dieses mal sehe ich gerade die lobby nicht neu gestartet aber sollte normalerweise wir machen einfach weiter wir sind hier ja nicht bei king of the skill ja richtig hier geht es um spaß auch wenn wir es mal einführen sollten wenn wir das nächste mal spielen habe ich 30 stunden auf der uhr drückst du play bin dabei auf geht's so und wir haben wieder 15 münzen ich habe 19 erstmal die spielsucht ausgehauen ich behalte das geld ich mache das beim nächsten mal ich sehe dass ich einen dauernd kriege ich nichts beim drehen ich habe einen richtig geilen special ich habe nicht einmal was gekriegt und habe schon zehnmal gedreht oder noch öfter ja du musst halt beim rennen drauf achten so viele münzen einzusammeln wie es einfach nur geht ich habe zu spät gedrückt und ich schieb den christoph auch noch vor mir her weil ich einen boost habe ums für mich aber das grün ist lotter ja natürlich das ist bei mario kart auch nicht anders was dann fehlt kann ja nicht so ein ach so ist dann fast recht das geht ja auch verdammt was habe ich gemacht und getan was soll das denn es hat mich diese pommes nein nein ich habe versucht zwei stunts zu reißen habe gar keinen hinbekommen das ist natürlich sehr gut für uns die das ist ja alter ja und das geht okay sicherheitshalber immer nur einen machen ja das lebende schutzschild was war das für ein spacko schwächtig komme dann hau ich mal überhaupt nee nee vergiss es weiter 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 nein lol lol das habe ich nicht getroffen wow ich habe das mit der seite wo kommen die ganzen raketen her es ist neben mir der kam da von dir trash oder der ferngesteuerte ja der ist neben mich gefahren also er hat mich verfolgt ist dann neben mich gefahren und ich habe ihn mit der seite gerammt und dadurch hat er mich nicht mitgenommen blowfisch alter ja natürlich ach so man kann den man kann den kugelfisch wenn man den nach vorne schießt wieder einsammeln nein der kam eben der kam eben zurück geschossen und dann habe ich wieder eingesammelt nein du hattest ein handschuh kann das sein ja das kann natürlich auch sein ach dann bekomme ich das item was mich normalerweise treffen würde ja alter hat nichts weiter wer trifft mich denn da schon wieder ich also ich gehe davon aus weil ich eben irgendwas dahinten geschossen habe also kann es dann von hinten kam es und dann bin ich nicht und ich bin ja alter könnte mal aufhören ich mache gut die trash war das der dreck sack drei leute und wisse ununterbrochen weg gehauen alter fisch das lol aber wir müssten die wir müssen die karten alle mehrmals ach ich war rückwärts boah welcher der scheißaffe den krieg ich alter er kann es ernsthaft na komm schon ach ich hab auch einen peter erwischt die sind behindertenaffen ey na warte alter was war das das war dein turbo der explodiert ist ne uhr nein ich hasse dich du behinderte affe komm jetzt her und lass dich treffen ich hab dich und mich trifft schon wieder irgendjemand ich fahr rückwärts nein ihr wollt mich jetzt verarschen ich bin achter in der letzten runde ich fahr rückwärts ich fahr rückwärts was soll das alter ja ey ich bin die ganze zeit auch zweiter gewesen erster und zweiter und dann hat mich irgendjemand rumgedreht und er hat sich nicht automatisch wieder nach vorne gesetzt sondern ist dann ist dann rückwärts weiter gefahren und ich musste ja genau ich auch mit dem Flugzeug da haben sie mich ja um den Kopf gedreht und ich musste um wieder richtig zu kommen ein ganzes Stückchen rückwärts fahren ja ich auch genau dasselbe hatte ich eben auch gehabt scheinbar sind wir beide von dem Ding erwischt worden fuck off ey schon wieder wer trifft mich denn da wenn ich den scheiß Handschuh schon grad aktiviert hab boah grad bin ich ein bisschen salty muss ich sagen hört man gar nicht nein nein ich bin rausgeflogen aus dem Map ja das geschieht dir ganz recht zwei Plätze verloren ich war dritter ich war direkt hinterm Trasher ich bin ein erster du warst nicht direkt hinter mir ja doch ich war hin ich hab dich gesehen das war ja das Schöne ja du ich war dritter ich war erster ich war direkt hinter dir nein ja doch natürlich wenn der zweite direkt neben mir war und du direkt vor ihm und ich direkt ich hab dich gesehen man wenn ich was für abschießen gehabt hätte ich platt gemacht ey das kann doch nicht sein so ne Scheiße zwei Plätze verloren in der ich bin letzter von uns ja du bist ja nein nein das du warst diese Runde der schlechteste von uns ich glaub wir hören auf mit dem Spiel letzte Aufnahme noch super Spiel da werden wir auf jeden Fall mehr von machen jetzt ist es einmal nicht ganz so gut nein ich drück jetzt direkt die Aufnahme stoppen taste weißt du tut mir leid das Video war leider corrupted das konnten wir nicht hochgeben oh der Ort ist jetzt auch frei ist ja nicht so schlimm ich hab ja auch noch ne Aufnahme die geb ich dir sogar die sieht besser aus auf jeden Fall die sieht besser aus auf jeden Fall mit der Platzierung ich hab die Karte unlockt unlockt ja hab schon gesagt die kriegst du jedes Mal wenn wir sie gespielt haben irgendwie ja okay also musst du uns Trash einmal nur durchziehen ja mach ich doch gerne die nächste Map ist dann auch wie kann man denn nur so beschreiben damit bin ich jetzt schon auf den zweiten Platz gerückt jetzt wirds interessant du bist gefallen ja ja das muss ich wieder zurück ich muss wieder zwei Punkte aufholen ja zwei ziehst du ja nur gleich das ist ja zu wenig ja hast recht ja und dann mach lieber drei dann hast du ihn überholt direkt ins Rennen aber das Schöne ist wenn du nur drei Punkte machst bist du trotzdem hinter ihm weil er wahrscheinlich mehr als einen Punkt kriegen wird ja man 39 jetzt kann ich mal Coins reinwerfen jetzt kann ich mal Coins reinwerfen aus dem Spiel ein 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 Dreamcast dieses Scheißspiel dieser Automat verarscht mich ich hab eben fünfmal ineinander reingeknallt das Zeug nicht nix gekriegt das ist doch nur verarsche oder? neun doch Bebo Skeptgas wie die beiden Schweinepriester direkt ein Turbo hatten und vor mir sind ne ich hatte ein Special Turbo von der Slot Machine Egal wie ich nach hinten schieße ich treffe immer jemanden ja momentan ja weil es sind ja alle da aber ich muss mich ich muss mich bei dir bedanken ich habe einen Ball abbekommen mit dem äh mit dem Glove aufgefangen und hatte plötzlich drei Bälle dann in der Hand also drei Schneebälle ja ok aber wir wissen ja wie das hier abläuft du kannst auch die kompletten drei Runden erster bleiben bis 10 Meter vorm Ziel und wirst dann trotzdem der letzte ja wie immer wie immer ja wie Mario Kart eben ne ja ah verdammt bist du den Kugelfisch? ja das war meine ja du Arsch war mir schon klar dass das deiner war allein aufgrund der Art wie du gefragt hast ja sonst wüsste ich es ja nicht was und wieder ne Münze danke was hat die denn für einen merkwürdigen Namen Danica Patrick ja fahr ich nicht über die Rampe du Affe was was hat mich da getroffen oh echt jetzt aus dem Weg ok weil ich nicht in den Transform 3 bin ich ich fahr jetzt mal rückwärts ja das Problem ist jetzt dreh mal irgendwie jetzt versuch mal irgendwie zu drehen bei mir nicht du fährst weit du hältst einfach weiter rückwärts die Steuerung ist nur umgedreht du bist nicht langsamer dadurch? nein ok ja doch weil du dich verdrehst vielleicht also versteuerst ja aber du bist deine Geschwindigkeit wird nicht langsam alter ich glaube nicht nein wackelt hier alles Wespen oh und natürlich fahr ich rein lol und natürlich fall ich aus der Welt raus ja ist mir auch schon ein paar Mal passiert hier wow 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 und wieder ich bin mit dem Turbo aus der Welt gefallen neunter alter alter zehnt er jetzt oh nicht wirklich oh la la gib mir das alter das ist eben der der Hauptcharakter aus Space Channel Number 5 wieder konzentriert bis ins Letzte geil komm schon komm schon komm schon komm schon nein wo bist du denn hin? ich bin durch die Welt gefallen ich hab das sah ja strange aus ja das fühlte sich auch strange an alter das soll der scheiße ja 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 schon wieder oh ich raffs nicht ich denke man muss durchs Wasser fahren aber man darf nicht durchs Wasser fahren wenn man nicht transformt wurde hallo wieso ist denn hier die Brücke kaputt? wow 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 was passiert denn hier? transformiert sich eigentlich die Welt auch erst bei euch kurz vor euch oder ist es nur für den ersten dann? mal also hier geht sie kaputt scheinbar äh wow alter ich fliege hier hinterher so einem riesengroßen blauen Kampfschiff hinterher ja oh also die Karten sind finde ich irgendwie besser als von Mario abwechslungsreicher oh sieht das geil aus hier alles der Felsen wird grad zerstört auf dem ich fahr ja fliege auf dem ich fliege ja dann sagen wir es so es wird immer nur das zerstört wo du drüber fährst weißt du du bist so fett Junge wow fuck fuck das flasht mich grad voll nein wir hatten die Wespen ach also die Wespen sind mir im Flugzeug geht total scheißegal komm schon bitte bitte ins Ziel da vorne ist das Ziel ich hab die Punkte aufgeholt außer wenn Trash jetzt natürlich zweiter ist ne ich bin vierter nein vierter vierter ja man vierter bam was bam vierter was nein nein es sind vierter gewesen alle da stand's mit der Mann nope scheiß Ding fuck you guck dir die Zeit an hundertstel Sekunden ja so gesagt ja bei mir ist er umgesprungen auf vierter und hab ich gedacht geil wie bei Mario Kart das zeigte dann direkt an deinem Platz aber das war der Fall nicht boah damit habe ich es wieder zurück auf den ersten geschafft und Christoph bleibt letzter naja von uns dreien boah lass mal so richtiges Turnier fahren wo auch noch die anderen die schlechten Plätze sind aber nicht schlechter da sollten alle acht Slots mal voll kriegen boah das wäre natürlich richtig geil das wäre richtig geil ja falls irgendjemand das Video sieht und einfach mal Bock hat in die Lobby mit einzutreten er muss ja nicht unbedingt in den Moistichat mit rein sondern einfach nur mal gegen uns fahren will schreibt uns einfach an schreibt unter die Kommentare oder unter die Kommentare in die Kommentare gar kein Problem und dann machen wir mal ein Race wenn es geht ohne NPCs sondern wirklich mal mit nur Fahrer ich würde mich auch mal drauf freuen und wir haben einen neuen Modus weniger Boost was ist denn das zweite aber was ist denn Acceleration Beschleunigung ne das ist doch Speed ah ne ok Speed logisch Endgeschwindigkeit Beschleunigung Boah da nehme ich auf jeden Fall das ich habe eine neue Einstellung für mein Moped Habt ihr mal Knights gespielt eigentlich? Ich habe es angefangen aber nicht sehr lange muss ich dazu sagen ist interessant aber auch total abgedreht weil Christoph hätte ich mir vorstellen können dass du vielleicht Knights gespielt hättest Nö und damit kommen wir auch nach Dream Valley aus Knights into Dreams Seien das eben Pokebälle gewesen die aus dem Schrein gesprungen sind? Nein das waren aber das sind normale Bälle die waren auch rot-weiß wie heißt das? Super Monkey Ball Achso logisch dann war die untere Hälfte rot die obere dann durchsichtig Ja Boah die Welt sieht ja mal voll kaputt aus Mit dem Flieger? 3 2 1 Go Vor allem können wir uns auf den Kopf drehen weil die Welt ist ja oben wie unten ähm beides mit dem Boden versehen Mann da klaut er mir wieder das scheiß Item Arschlecken Feuerwerk Gib mir doch mal ein Eiter Da fliegt das ein Boah das Boah das Boah diese Hab ich schon mal erlebt dass ich Maps hasse wo man hauptsächlich fliegt Ja Das ist echt kacke ey das gibt's gar nicht Nein Wieder kein Eiter Oh was ich bin auf den Kopf alter Ja das ist doch cool das macht doch hier keinen Unterschied Nee doch Weil ich war verwirrt durch diesen Wirbelsturm den du da geworfen kriegst Ok jetzt sind wir in einem Porta Was ist das denn abgefahrenes? Laggeil Neunter Lol was ist das für ein Für ein Vieh was da rumfliegt Warte mal ich schmeiß mal ein paar Pillen ein Dann bin ich besser auf den Trip Ah ok Ich krieg keine Items Sieht aus wie unter Wasser gell Oh nein Oh shit Komm schon gib mir irgendeinen Kill Gib mir einen Kill Einen Kill Ich krieg aber auch nichts hier Wie bei TTT oder was? Ja komm es geht ja schon immer so ein bisschen darum auch die anderen raus zu bringen Oh und wieder gegen die Bande gefreut Wow ich hab ein Item Ist ja der Hammer Ja ich hab auch mal eins Da war ein Angel Ciao So Boah Dich hab ich Kein Reverse Kill? Ne schade Nein du hast mich nicht getroffen Schade So komm gib Was ist jetzt los? Warte mal bist du in einem Auto? Nein Nein wir Wir fliegen wieder Ja toll Ich hab gedacht wir fahren Und ich hab auf den Boden gelenkt Ja genau Ich hab auch getroffen Deswegen fährst du in einem Auto Weil du unten warst Ich war erst der Fuck Uah Nein was ist denn los? Wo lang? Wo lang? Ja so gehst du mir auch Gegen die Decke Gegen den Boden Ja Ich bin Fünfter Eggman 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 Ey Shit Wir sind ja auch alle press auf einem Haufen Ja ja Entweder bist du Erster oder Letzter Ich war nämlich eben Zehnter noch hinterm Trash Jetzt bin ich Erster Wow coole Büsche Was ist das denn hier Schickisches? Wo bin ich lang? Wo lang? What the hell? Wow Von Zimmer zu Zimmer wie geil ist das denn? Ja ohne Spaß Vor allem ihr seht noch nicht Ich seh nur ne Wand Die dann verschwindet wenn ich nagel hoch rankomme Ich bin in der Luft vereist worden Komm schon Komm schon Gib kit Gib kit Ok Arkan ist das noch vor uns? Ja ich bin noch Erster Noch aber gleich werde ich wahrscheinlich von dir penetriert Ich muss ich bin hier echt momentan ab konzentrierten dass ich auf der Bahn bleib Ja ja Football Manager ist neben mir Ok alles klar so jetzt aber Sag mal wie viele Fahrzeuge soll ich eigentlich auf dich schicken Trash? Keine Ahnung wie viele hast du denn noch? Ich habe zwei Stück gezielt auf dich abgeschossen Alter Drei Raketen? Sag mal geht es noch Leute? Könnt ihr mal aufhören mit mir die ganze Zeit diese diese Ja dann waren das meine die an Trash vorbeigeflogen sind Ja ich habe drei Suchraketen abgekriegt Ne ne Trash vergisst du es Aber ich krieg dich oder? Ne auch nicht Wie wir uns die ganze Zeit versuchen hier gegenseitig abzuschießen Noch einen So trifft der jetzt wenigstens? Immer noch nicht Geh weg du Kackei Was ist das? Geh weg alter hör auf mich abzuballern nur weil ich Erster bin Scheiß Bienen alter Habt ihr noch eine Kustumsschrank? Alter ich gerade lex Oh ich bin gegen den Stein gefahren der da gerade raus kam Ich bin auch raus geflogen also gegen den Stein geflogen Weil es sau viele Steine sind Ich bin hier sau lahm seid ihr auch so lahm arschig? Ja ja ich habe voll mit dem Stein fährt Boah alter Warum kriege ich denn Trash einfach nicht? Was ist da los? Alter Bist du mein Kugelstich? Diese Legs hier das ist unglaublich Was soll denn der Scheiß? Komm weiter 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 Wir sind immer noch ganz dicht ganz dicht hinter Trash Und der klaut mir wieder mein Item Ich habe gar kein Item bekommen Nein ich meinte nicht dich Was ist mit dir los? Ich hab dich doch gar nicht gemeint Ist da jemand ein bisschen salty? Nein 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 wirklich nicht Wieder kein Item sag mal willst du mich auf die Schippe nehmen? Ja man Und da vorne ist schon Ja man Was ist denn das? Hier läuft eine Zeit ab Ja für den Schlechtesten läuft die Zeit ab sehr schwer Huh? Finish? Weiß ich nicht Bei mir steht Finish Bei mir auch Mhm Dann ist fertig Und ich bin schon Boah das gibt es doch gar nicht Erster und Zweiter seid ihr? Natürlich Ja weil wir das Spiel nicht zu Ende gespielt haben Ist doch ganz klar Ihr habt das Spiel irgendwie beendet Vor eigentlichem Schluss Ja natürlich Das war ganz eindeutig ein Cheat Ja richtig Ganz eindeutig Das kann man auch bei mir auf dem Channel sehen Also ne Ja Christoph hat ja den Cheat eingegeben Christoph ist ja erster Ich habe ja einfach nur das Spiel beendet Von daher Also als erster Von daher Auf der Map Auf der Map hatte ich jetzt wirklich Wirklich Probleme mit der Framerate Ja okay Scheiße Gut damit haben wir wieder unsere drei Folgen voll Haben wir schon drei Stück gefahren schon wieder Ja wir sind schon wieder drei Strecken durch Genau lasst uns wissen wie es euch gefallen hat Und wir werden auf jeden Fall weitermachen Von daher verabschieden wir uns an dieser Stelle Wir sehen uns Bis dahin Ciao Punkt der erste Punkt der erste Punkt der erste